Herzlich Willkommen zu Mickis Adventskalender 2020 und ihr habt schon aufblitzen sehen, BÄM soll es machen in deinen Gedanken und in deinem Herzen auf dem Weg zu den diesjährigen Weihnachten. Jeden Tag gibt es dazu eine Frage und einen Engel, die dich ins Nachdenken bringen sollen. Und die heutige Frage, die ich dir stellen möchte, wie macht man sich in deiner Familie eigentlich Geschenke? Worauf wird dabei Wert gelegt? Wie macht man in deiner Familie Geschenke? Worauf wird dabei Wert gelegt? Denk darüber heute mal nach. Und dazu gibt es heute den Engel der Fairness, den ich natürlich mit dieser wunderbaren Brille sehen kann. Und ich wünsche dir den Engel der Fairness in deiner Beziehung zu deinem Ehepartner, in deinem beruflichen Umfeld und in deinem Freundeskreis. Und ich wünsche dir, dass der Engel der Fairness in deiner Seele die Haltung der Klarheit, der Anständigkeit und der Sauberkeit hervorruft. Der Engel der Fairness wird nicht nur den Menschen in deiner Nähe, sondern auch dir selbst guttun. Und darum geht es natürlich immer, dass die ganzen Dinge dir selbst guttun. Auf dem Weg zu Weihnachten. Auf dem Weg nach Weihnachten. Genau. So. Und ich freue mich jedenfalls darauf, wenn wir uns morgen wiedersehen bei einem neuen Türchen in Mickys Adventskalender 2020. Sei gesegnet. Ja. 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 Ja.